Ciao, ihr wunderschönen Menschen und willkommen zu der vierten Episode von The Walking Dead. Das Bild ist übelst makro. Gut, wollen wir beginnen? Wollen wir nicht? Ich kann mich gar nicht mehr anziehen. Wie soll ich ein Kind erzeugen? Ich war nicht wahrlich, als ich euch auf dem Lied kam. Jetzt sind die Leute tot. Und ich kann mir nicht helfen, dass ich mich auf dem Lied bin. F***er. Nein! Nein! Hör mich! Kenny! Kenny! Wenn du dich selbst und sie schmerzt, dann schau dir das alles über dich. Ich kann dir nicht von einem von ihnen erzählen. Du musst nur ruhig halten und sicher, dass du gut und schmerzt bist. Geh auf. Du musst nicht sehen, dass du das nicht. Ich gehe nicht anywhere. Ja! Ja. Die Scheiße ist los wie der Hör. Die ist so dumm, ey. Das Mädchen ist so beschissen dumm, einfach nur. Haha. Schnippschnapp, da ist gleich der Arm ab. Lass es! Das waren die Ereignisse von der letzten Episode von Telltale Games. Komm! Kenny! Serena! Kenny! Ja, jetzt müssten wir sie ganz zerschneiden. Das ist ja auch nichts wahr, oder? Ich werde dich nicht sterben lassen. Wir müssen uns verlieren. Es sind zu viele! Komm her, Babe! Kenny! Sie ist tot, Mann! Sie ist tot! Sie war tot. Ich musste es tun. Wie freu dich, Clementine! Alter, pisse dich halt nicht so an. Ich werde dich nicht wieder verlassen. Wir werden das weg. Wir werden das weg. Kenny! Ich will das weg. Ich will das weg. Ich will das weg. Ich will das weg, Mann! Okay, das war gut. Was hast du getan? Was ist passiert? Was ist passiert? Was? Warum? Fuck! Kenny! Wir müssen jetzt weg. Wir müssen gehen. Stopp! Fuckin! Kid! Kenny! Verdammt, Mann! Sie ist auf deinem Kopf, Clementine! Das war krass. Hossa! Halt deine Griffel bei dir, du... Ach! Ich muss was drücken! Ich bin tot! Wenn du es möchtest, ich bin wunderschön! Naja, was sollte ich denn tun? Sie hat Schmerzen und wurde zum Zombie! Mensch, ich bin ein großzügiger Mensch! Ich habe ja schon wieder nicht hingeschaut! Mann! Ich gehe nach Sarah! Das sieht ziemlich beschissen aus alles jetzt für uns irgendwie. Wow. Bitch. Immer diese nahen Menschen, die immer so gleich zu einem gehen und so. Sie müsste in seinen Körper reinschlüpfen, ey. Das wäre krass. Und so realistisch. Best Late Plans, ja. Mann, ich muss doch ruhig bleiben. Sonst sehen mich doch die Zombies. Sag doch was, ey. Ich kann niemanden finden. Ich weiß. Was tun wir hier? Lobo ist mit mir, aber... Wir können hier nicht bleiben, Rebecca. Wir müssen, um es zu gehen. Schau, die Walkers sind noch nicht schießen, um es zu schwerer sein zu tun. Natürlich, weil die da schießen, Mensch. Jetzt bekommt sie ihr Baby, oder was? Wir können uns auf jeden Fall sehen. Sind Sie okay, um es zu gehen? Kein anderes, was passiert. Ich muss einfach gehen. Ha, eingefallen mit Jons. Nope. Ja, shit, oder? Ja, ich sehe heute nichts. Ich kann es nicht finden. Ich kann es nicht finden. Ich kann es nicht finden. Erstmal ne? Ich habe das hier. Ich kann es nicht finden. Wir müssen es nicht finden. Wir können hier nicht bleiben, Rebecca. Wir müssen weitergehen. Schau, die Walkers sind noch weitergegangen, um den Hardware zu gehen. Wir können es nicht machen, wenn wir... Ich bin froh, dass du hier bist. Ich bin froh, dass du hier bist. Ist dir okay, um weitergehen? Wie lange hast du das gemacht? Ich werde einfach weitergehen. Wir müssen nicht auf den Treffen gehen. Ich bin froh. Vielleicht sind sie irgendwo raus. Siehst du keine Hoffnung? Ist das nichts? Verdammt! Geh zurück, geh zurück! Ich bin froh! Jane! Jane! Ich bin froh! Stopp! Ruhig! Du musst langsam gehen. Du wirst gut gehen. Ja, oder? Ich kann das nicht machen. Du musst uns helfen. Geh einfach hinterher. Ich bin froh, wenn wir rausgehen. Sie werden auch gut sein. Nein! Du verstehst nicht! Nur, helf uns! Sie sind gut. Wir müssen rausgehen. Wir müssen rausgehen. Du denkst, wir müssen rausgehen? Wir müssen rausgehen. Ich kann nicht mit dem Papier rennen. Du sollst ja auch nicht rennen. Hat sie gerade nicht gesagt? Du sollst langsam gehen? Du rennst, du sterb. Geh. Hab ich doch gesagt, ey! Die dumme Kuh soll einfach langsam gehen. Wie ein Zombie. Warum gehe ich denn nicht? Warum geht denn die heiße Mädchen nochmal? Ich muss durch diesen Kustel der Gehörer. Es gibt zu viele! Ich bin der Wettminder, der Haltminder. Wir brauchen... Okay, erzähl mir, was zu tun. Da, das ist leicht genug, um zu tragen. Ich werde ihn auf der ersten Seite kommen. Ich brauche dich, um unsere Achtung zu bekommen. Viel zu laut. Ja! Brutale Schweiße! Ich will nicht ganz hinten sein. Ich will... ...hinter Jane sein. Die blöde schwangere Frau, die hilft mir überhaupt nicht. Hi! Servus! Da war Gottnevich. Und den Typen habe ich schon dreimal gesehen. Tss! Wie unoriginell. Ja. Kein Blut am Messer. Lasst uns gehen. Die müssen gar nicht nachladen, ey. Ich will auch so waffen. Ja, lass mal die Schwangere sterben. Wäre ja voll lustig, oder? Ja. Ja, wir müssen überleben, ey. Wir können ja nicht einfach rumscheißen und alle sterben wegen der. Das ist doch übelst nervig, oder? Ja. Einfach wenn sie schläft, zack! In die Fresse boxen. Ganz... sanft. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Nein, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut, als ob wir die anderen kommen. Wir müssen sicher, dass alle anderen es ausführen. Luke, Sarah, Kenny... Gott, verdammt. Seine Frau ist tot. Wie? Abilzkow. Hi, Abilzkow. Ist der Name richtig ausgesprochen? Ich weiß nicht, ob wir sicher sind. Was ist, wenn die Hörte noch folgt? Abil... Abilzkow. Hi, die Hörer. Wir müssen weitergehen. Wir schauen uns an uns. So lange, als wir einen guten Zeitraum halten. Ich weiß, ich weiß. Ich gehe nur so schnell wie ich kann. Ich weiß, dass ich es gut fühle, dass wir ausführen sollten. Ich kann nicht mehr über die anderen denken. Wie kann ich es nicht verlassen? Wie kann ich es nicht verlassen? Was war das? Ausführen? Ich weiß, dass wir alle entschieden haben, die Hörte zu entfernen. Aber vielleicht sollten wir mehr patienten sein. Kommt mit etwas dazu. Es hat funktioniert. Okay. Wir haben nichts gemacht, ey. Wir haben nichts gemacht, ey. Und wir sind weg. Die meisten von uns... Das war gut. Die Erzeugung war das schreckliche Teil. Das klingt ein enormes, als ob du sagst, es war deren Fall. Was? Nein, nein, das ist nicht was ich sage. Nur... Ich muss zuhören. Ich bin sorry, ich will nicht, dass wir uns unterziehen. Dann habe ich nur eine Minute. Ah, ja. Geh eine Minute. Danke. Ich spreche immer in Deutsch. Und meine Streams sind nicht in Deutsch. Aber ich spreche immer in Deutsch. Ich spreche Englisch. Ja. Oder haben wir das Spiel gemacht? Oder haben wir das Spiel gemacht? Es ist nur ein paar Tage. Ich glaube, ein oder zwei Tage. Ich weiß nicht. Ich habe nur eine Konversation. Es gab nichts. Nein. Was bedeutet das? Geh mit was? Mein Baby? Ich bin nur in der Worst-Case-Szenario. Du und Clem wirst nicht mehr werden, um ein Baby zu sein. Nicht hier. Ich meine nur, es wird nur Essen brauchen. Und, du kennst. Und andere Dinge. Ja? Und... 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 Es gibt nur einige hilfliche Dinge in diesem Welt. Und du kannst sie immer immer schützen. Ja. Ich kann eine Schlange. Und du denkst, ich werde nicht mehr schützen. Ja. Nur weil du bist ein wunderschöner, der nicht mehr über jemanden als sie selbst, bedeutet das, dass du besser kennst als ich. Hey! Ich habe es schon gesehen. Nachdem es angefangen hat. Ich und meine Freundin, wir waren... Was? Sie sterben? Was? Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Du hast nicht... Du hast nicht das Recht. Jane! Die sich aufhört! Okay. Nee. Also... Ich kann das verstehen. Oh, verdammt. Ich bin gut. Gott. Die sollen die Fresse halten, hey! Wir können nicht nur hier sitzen, nichts zu tun. Ich weiß, ich weiß. Wir werden bald hier sein. Holy shit. Holy shit. Holy shit. It had been so long. We were starting to worry no one else would make it. Well... Besides. Hm. Now, hopefully we can... Figure out a plan. How's... Kenny? Heh heh heh. I tried to talk to Kenny. He flipped down on me. He started yelling. Scary shit. I know. He probably didn't mean it. But it was scary. I've been nervous even going near him. What? You think he's gonna shoot you? The way he is right now? I don't know. Maybe. He's not acting rationally. I've seen Kenny like this before. He's gonna go. I don't know. Snap out of it. Hm. Könnte sein. Ich hab echt keine Ahnung. I don't know. Clem. I was thinking now that you're here. Maybe you could go talk to him. No. Na klar, warum denn nicht? Gute Idee. Okay. Sarita. God. Wherever you are. Please forgive me. I can't be alone again. Ich könnte ja Kenny töten. You think I don't know what y'all are whispering about over there? Natürlich. What's wrong with Kenny? Why is Kenny acting that way? Do you think Kenny's okay? Hey. I don't hear from anyone anymore. So. I need your help to figure out a plan. Throw the fuck up and look around you Clementine. Take a look at how our last plan worked out. There ain't some boat or some train or some other bullshit out of this one. Yeah. Don't you think you've already done enough for today? I did what I thought was right. It was all I could do. All you could do. Yeah. Because of you, Sarita is dead. And you told me you did all you could do. You think because you're a little girl, you can just get people killed and no one will care. That because you're sorry, it'll all put you away. Sorry? That's not how it works. What? Yeah, Kenny is full the pussy, hey. Wie soll man die Schnauze halten, ne? Und weitergehen. Just get the fuck out of here. And leave me alone. Just give it time, Mike. We're still early. Hey, how do you go? Kenny is a jerk. Kenny is a jerk. Clem, you can't just expect him to bounce back. I can. I can't see you. That man's going through. Yeah, he's going through. Yeah, he's going through. I can't see you. The water is getting damn cold. And we're losing the daylight fast. When the others get back, they'll know what to do. Luke will have a plan. The dark Kenny will have a plan. Mike. Bonnie. Mike's got a point. You can't just sit around waiting. Things are difficult enough right now. And soon you'll have a baby on your hands too. What? Suddenly you're pretending to be concerned? Seeing you people floundering the minute things don't go according to plan has just got me on edge, alright? Rebecca needs a safe warm place to have her baby. Maybe we should keep moving and find one. You can rest for a few minutes. Me and Clem will scout ahead and double back. Just make sure you're ready to move when we get here. Listen, if anything is wrong here, do you have something to protect yourself? I've got this. You don't think I'd need to... I don't know. But you better keep that close. Come on Clem. Kenny is a zombie. Verdammt. Wo ist Kenny? Ist mir scheißegal wo Kenny ist. Sein Sohn, ja ja. Sein Sohn. Duck hieß der. Was für ein blöder Name. Muss ich sagen. Und du solltest wissen, dass du deine Freunde findest. Das ist ein Scherz in die Nacht. Scherz in die Nacht. Es war nicht so richtig. Ja. Also. Ich wollte dich mit dir sprechen. Ab von ihnen. Du hast es nicht so weit gemacht, wenn du nicht so smart. Aber ich habe trotzdem... Ich muss dir nur sagen. Warum? Nani? Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt auch. Ich weiß, dass du siehst, was ich spreche. Du willst nicht hier sein, wenn sie sich aneinander drehen. Sie sind nicht schlecht. Aber es gab schon Probleme. Ich habe nicht immer mit dem sie sagen oder machen. Neither habe ich. Schau auf Kenny. Ich weiß gar nicht, woher zu beginnen, mit welcher Leidenschaft er ist. Und Rebeccas... ... Situation... ... ist nicht, dass Dinge besser machen. Ja, das ist echt beschissen. Du bekommst genug gebrochen Leute zusammen... ... und alles, was du bekommst, sind gebrochen Entscheidungen. Hast du dich das ganze Zeit gehalten? Natürlich nicht. Aber manchmal musst du den schweren Weg lernen. Ich versuche, dich von diesen Problemen zu retten. Das stimmt. War das nicht das Auto von... ...irgendwas? Ich versuche, dir die Tools, die du brauchst, um es zu machen. Oh! An Auto? Ich versuche... ... es sieht warm... ... aber... ... ein walker? Ich versuche... ... ein guter Leidenschaft. Oh! Ich habe es noch gehabt. Du könntest... ... die Leute ankommen. Ich versuche alles! Warum nicht? Was... ... hat sich mit deinem Freund? Wir sind immer nochmals zu sprechen. Wir wollen immer über die Ende nicht? Wunderschöne. Wunderschön. Die Mutter ist... naja, es ist lustig. Es ist wirklich leicht, um zu schmerzen zu sein. Oh? Du weißt, siehst du... Schrauben sie mit ihrer schlechten Haare. Gib ihnen die schlechte Haare. Wenn du die Gumm da hast... Ich dachte, ich sollte es rausnehmen. Ich weiß gar nicht, warum. Ist das wirklich was es ist, eine Freundin zu haben? Nein, nein. Es ist nicht alles. Was kann ich tun? Sie dachte, ich war ihr beste Freund. Ich kann nicht gehen. Unabhängig. Jedes Sommer gehen wir in diesem Verkaufspark in Virginia. Ich dachte, dass die Fahrer nicht die Fahrzeuge haben. Es war, dass niemand uns da wusste. Und ich würde... ich würde sagen, dass wir keine Freundinnen waren. Nur Freunde. Okay, Jackpot. Aber diese Fahrzeuge haben ein paar gute Sachen. Er kommt nicht zurück. Mal sehen, was er noch hat. Sie sind nur Fahrzeuge. Warum haben sie nichts? Na ja, ziemlich kurz waren sie nicht Fahrzeuge. Oder waren sie? Schau mal. Die alten Fahrzeuge sind eine Verbrauchung. Sie haben Kreditkarte und die alten Karte. Aber diese waren nicht Fahrzeuge. Sie waren nicht Fahrzeuge. Sie waren Gehörer. Sie haben vielleicht sinnvolle Sachen. Sie waren süß. Mal sehen, was er noch hat. Ich werde das hier mal checken. Wicke Zeit an. Ich bekomme ihn. Ich bekomme es fast schwer, und die Dinge werden nicht besser werden. Findet ihr was? Die Fahrer-Licenzen. Zwei von ihnen. Ich glaube, dass einige Leute einfach das Leben hinterlassen können. Gutes Haar-Licenzen. Danke. Also, hat die Crew immer so nicht funktionierend gewesen? Du bist da drin, aber du warst nicht wie sie. Das macht mich überraschend. Ich war mit einem anderen Grupp. Der hat besser funktioniert. Das war das, als ich meinen Haar-Licen habe. CJ? Nee, das war der aus... GTA San Andreas. Ja, wow. Diese Dinge sind großartig. Schärf in einem Blatt, eine Flinke... Jamie hatte immer einen in ihrer Hälfte. Ich spielte meine Hand, als ich in die Richtung ging. Ich spielte mich an. Ich spielte mich an. Ich spielte mich an. Hier, gib mir eine Hand. Das hier ist ungefähr so... Lee. Ja, ist mir doch egal. CJ... Ja klar, Bruce Lee. Hä? Diese Klasse, die ist Sarah. Du bist zu wohl, dass dein Freund es nicht gesteckt hat. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, was dir zu sagen. Alles, was wir wissen, ist, dass sie hier war. Es könnte ein gutes Zeichn sein. Ja, stimmt. Schau, Clem, ich weiß, was du mir sagen willst, aber... Geh auf! Sarah, verdammt! Scheiße! Okay, komm, wir müssen einen Weg finden. Es sieht aus, dass da eine Öffnung ist. Wir müssen das machen. Es kann nicht so sein, wie du es möchtest. Bist du bereit, was du dort finden möchtest? Ich glaube, ich bin. Ja, ich hoffe so. Vielleicht sind sie nicht tot, aber das könnte besser sein. Die Handkriebe sieht, dass sie ziemlich schnell getrunken wird. Es wird dich getrunken. Hier, benutze das. Ja, das größte Waffe im Universum. Wir können das machen. Zombies sehen Menschen an. Oh, sie klingen nicht zu gut. Die Klappe klingelt. Ich bin bereit. Ich weiß, wie du bist. Wir müssen einen besseren Blick bekommen. Wie geht's? Du bekommst die nahe, und ich werde den anderen aufhören. Geh auf! Geh auf! Geh auf! Geh auf! Geh auf! Geh auf! Das ist eine kleine Änderung in deinem Arsenaal. Schau die Knie erst. Dann schaue ein Knochen in die Hände, wenn sie unten ist. Okay, schauen wir mal. Es dauert ein bisschen Arbeit, um da oben zu kommen. Es gibt zu viele. Wir kommen nicht rein, während sie dort oben hängen. Vielleicht können wir sie umdrehen. Nein! Ich kann nicht! Also, ich finde das Spiel echt toll, muss ich sagen. Ich finde die ganzen Telltale Games so gut. Aber das war schlecht. Das war brutal schlecht. Alter, hallo! Was kann ich damit tun? Die sind alle so beschissen langsam. Das ist echt sau unfair. Du hast alles gemacht. Ein schöner Trick, oder? Sehr schön, Murat. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich wusste auch nicht, wie die Songs heißen. Das sind viele Knochen. Sie müssen sich über etwas beschäftigen. Und was der Interesse von der Tod? Menschen. Wie kommen wir in? Wenn wir genug Ruhe machen können, dann können wir diese Knochen über hier und dann können wir einfach sein. Dann können wir einfach sein. Wir haben hier eine andere Trailer. Was denkst du davon? Ich meine, ich mache es einfach so, als ich weiter geht. Lass uns ein Ruhe machen. Genau. Lass uns diese Knochen abziehen. Ich habe dich geschlossen. Nicht wie hier. Irgendwas brauchbares. Nee, nur... ...leere Luft. Okay. Bye. Abildskopf. Have a nice day. Thanks for watching. Das ist gut. Aber wir müssen es irgendwie weitergehen. Ja, weitermachen? Okay. Just calm down. Lass uns das machen. Was soll das denn? Let's find a way to keep it on. Ah... ... ... ... ... ... ... Faerie? Am im ... ... ins ... ... ... ... ... ... Wenn wir ihn auf den Horn legen, wird er weiterholt und den Walkern schreit. Just like Moths zu einer Flamme. Gib mir eine Hand. Triton D.B. Wie geht's? Sehr gut. Danke. Danke! Komm schon! Oh nein! Geh weg! Geh weg! Wir müssen ihn anziehen! Oh Gott! Weil die immer so ewig brauchen! Hey! Oh mein Gott! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Mann! Das ist alles lächerlich! Bitte! Wer ist da drin? Luke! Luke! Es ist doch nicht Luke! Es ist doch Clementine! Ich kann nicht glauben, dass er uns gefunden hat. Wenn ich hörte, dass ihr alle durch die Tür dringen... Luke! Geh weg! Ich gehe weg! Ich gehe nach Chelsea! Sarah! Sie ist eine andere Geschichte. Ich weiß nicht was zu tun. Was ist das? Es ist eine andere Geschichte. Es ist ein Problem. Du musst Hilfe! Sarah, schau mal. Schau mal. Schau mal, es ist Clem. Siehst du? Wie ich sagst, dass sie gut sind. Sarah, komm mal. Wir müssen jetzt gehen. Was ist sie? Kannst du aufstehen? Ich weiß nicht was zu tun. Ich kann sie nicht wegwerfen. Okay? Ich versuchte sie zu tragen. Aber ich... Ich denke Carver hat mich ziemlich gut da hinten. Ja. Ich weiß nicht. Es ist nur nach Carlos. Sie hat ihn verloren. Sie hat ihn verloren. Wie ein Maniak. Ich habe sie vor, ich weiß nicht, wie lange. Und dann... Als sie sah, dass sie dieses mobile Home gemacht hat, hat sie eine B-Line gemacht. Ich bin froh, dass ihr alle hier seid. Anna! Was kannst du mit ihr tun tun? Wir müssen etwas machen. Vielleicht wird sie mich hören. Vielleicht. Vielleicht. Ich werde sie diesen Ort öffnen. Wir können nicht bleiben. Wir müssen sie aufstehen. Wir müssen sie aufstehen. Wir müssen sie aufstehen. Oder wir müssen... Ich habe versucht. Ich habe versucht für Stunden. Ich kann sie nicht aufstehen. Ich kann sie nicht aufstehen. Clem? Oh. 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 Sarah. Es ist bin ich. Hallo. Ah. Oh. Scheiße. Vielleicht ist es so, dass du jetzt alle allein bist? Ja, ich bin. Aber was ist mit Luke, Jane und ich? Wir kamen hier wegen dir. Oh, 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 oh. Und die anderen auch. Das ist ja mal echt nett. Oh, wir haben es. Clem, es gibt keine Zeit. Clem. Hör, Jane vielleicht wäre richtig. Als alles angefangen hat, habe ich meinen Freund Lee kennengelernt. Er hat mich versucht, zu helfen, meine Eltern zu finden. Er hat mich mehr als jemand anderes in meiner ganzen Welt. Er hat sterben, um mich sicher zu halten. Ich war so Angst. Aber du bist immer noch hier. Und er hat mich taught, mich zu stark sein. Selbst wenn ich bin. Weil er wollte, mich zu leben. Und dein Vater hat dich beschädigt, weil er dich zu leben wollte. Aber ich will immer noch das. Okay. Ach, natürlich. Aber ich will nicht. Ach, das ist doch nicht so... Was ist denn? Das ist nicht groß genug. Clem, warte, was du finden kannst. Kannst du das nicht nutzen? Es ist nicht groß genug. Was? Ah, shit. Okay, ready? Auf drei. Eins, zwei, drei! Clamp! Clamp, hilf sie! Hilf Jane! Okay, geh, geh! Keep pushing! Geh! Ja. Ich hab keine Ahnung, was da grad passiert ist, ey. Überhaupt nicht. Luke, du zuerst. Wir brauchen dich oben. Ha! Okay, komm her! Clem! Sarah, wir müssen gehen! Hörst du nicht? Ich kann es nicht tun. Jetzt will ich sterben! Wenn sie nicht gehen will, kannst du sie nicht machen! Lass sie dich auch runternehmen. Nicht wieder. Da gab's auch nicht noch die von Johnny Cash, glaub ich. Rief! Tschüss. Oh, Clementine. Mann. Selber schuld, Mann. Nein, ich kann da nicht hochgehen. Ich kann das nicht. Nein, das will ich nicht. Clementine. Fuck you. Selber schuld, du dumme Schlampe. Mann, ich hasse dich. Du Bitch, du hättest nur da oben hingehen müssen. Denk doch mal nach. Ich hab sie einmal gefragt, ich hab sie zweimal gefragt, aber nein. Sie kann das nicht. Nein, sie sitzt nur da. Sie hätte auch da oben verhungern können. Mann, wäre das besser gewesen. Ich hasse sie. Die sollen mir jetzt nicht versuchen, so Schuldgefühle zu machen. Verdammte Scheiße, das musste ich ja machen. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich bestimmt gestorben. Ja. Selber schuld. Ich fühl mich echt schlecht jetzt. Fuck that. Was für ein gutes Spiel, hey. Ich dachte nicht, dass du sie verlassen würdest. Es ist schwer zu denken. Was sollte ich tun? Ich weiß nicht, aber... Ja, genau. Es ist schwer zu hören, aber... Du wirst sie nicht schützen können. Sie wird es nie in diesem Weltkrieg machen. Ja. Ich denke... Ich denke... Ich denke, es war einfach nichts, was wir tun können. Ich versuchte so hart, um zu ihr zu erreichen. Was ist da? Was ist da? Wenn wir da sind, waren wir bereit zu helfen. Aber dann... etwas verändert. Schau, ich habe... Ich habe das schon gesehen. Ich habe das schon gesehen. Ich habe einfach nicht gehalten. Ich habe einfach nicht gehalten. Entschuldigung. Ich... Ich meine nicht zu sein. Es ist einfach wie es sind. Es ist einfach wie es sind. Das bedeutet, dass du mich aufhörst? Wenn ich mich aufhörst? Nein. Ich meine... Ich meine... Ich hätte es nicht gehalten können. Vertraue mir. Ich versuchte, Jamie zu retten. Aber... sie... hat sich aufhörst. Und wenn du wirklich aufhörst... vielleicht ist es besser, diese Weise. Für alle. Wir waren da für Stunden. Du weißt, ich sollte mit ihr durchlaufen. Ich sollte... ... etwas gemacht haben. Zehn Minuten ist vielleicht ein bisschen langer Bann, aber... Luke... Man hätte sie retten können. Ah, okay. Danke, Murat. Das... ... befreit mich ein bisschen. Ein kleines bisschen. Ich drehte meine Freundin in vier Ländern. Und jeden Morgen würde sie sagen, dass sie nicht aufhörst. So würde ich sie überzeugen... ... oder sie schrauben... ... oder eine verdammte Fahrer, wenn ich sie hätte. ... oder sie schrauben. Bis zum nächsten Mal... ... die Walkers uns schrauben. Sie schrauben uns auf den Rücken. Und dann, wenn sie aufhörten... ... ich... ... ich... ... ich konnte sie nicht schrauben. Ich konnte sie nicht schrauben. Ich konnte sie nicht schrauben. Also habe ich versucht etwas anderes. Ich sagte ihr, sie könne, was sie wollte. Und ich schraubte sie dort. Boah... ... leck mich am Arsch. Jane... ... leck mich am Arsch, ey. Sie hat mich seit langem töten. Ja, glaube ich. Aber ich wusste endlich... ... dass ich sie auf die Forstmarsch durch den Hell... ... wenn alles sie wirklich wollte... ... war, um mich zu gehen. Sarah war auch bei zwei. Jane? Nein, für ihre eigene Sicherheit. Vier Stunden. Ich hoffe, dass ich das richtig gemacht habe. Komm schon. Lass uns zu deinen Freunden zurückkommen. ... die. Der Typ hat kein Ohr mehr, der Typ. Sonne der B***h. Du hast ihn gefunden. Ja, ich bin... ... ein bisschen erschraubt. Ich sage dir die Wahrheit. Ich war nicht für Clem und Jane... ... aber... ... ich weiß nicht, was passieren würde. Warte... ... wo ist Sarah? ... tot! Rebecca... ... wie geht's, wir gehen... ... für einen Moment. War das ihre Tochter? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe etwas, was ich Ihnen auch über zu sprechen muss. Nein! Nein! Ja! Ich werde das nicht schraubieren. Das Baby kommt noch schneller, als Rebekah hat. Aber ich hatte es gehofft, dass du es wissen kannst. Luke weiß nichts über die Babys? ... hat er... ... ich weiß nicht... ... hat Carlos gesagt, dass er ihm etwas erzählte? Kenny hatte eine Familie. Er könnte helfen. Wo ist er? ... Er wurde gebannt. Er wurde entdeckt... ... den Geruch mal veröffentlicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich denke, er tut gut. Er ist schon 54. Das war's, weshalb ich dachte, du könntest mit mir sprechen, wenn du dich nicht so gut bist, du kommst jetzt wieder raus und hast Spaß. Und ich würde dich nicht fragen, wenn es nicht für das Baby wäre. Für das Baby! Baby! Hail to the King! Haha! So, hier kann man frei rumgehen, Kartoffel. Das ist... Man kann ein paar Gebiete so beschreiten, ganz langsam. Ja. Mehr kann man nicht wirklich machen. Ah, okay. Und da sitzt er da. Haben die kein Internet oder was? You know what it feels like, to get beaten, almost to death. Peaceful. It feels peaceful. It was like I was floating away, watching the whole thing happen to me. And then I woke up again, and nothing's changed. I'm still taking a beating. Every day. Ja. Duck. Katja. Sarita. Nope. Ah, ja. Peace. No rest. The punches just keep coming. Why the hell could Carver have just finished me off? Obviously I ain't helping anyone by being here. Ja, das stimmt, aber du bist echt so hässlich. Ja. Hab ich ihr doch vorher auch gesagt? Hört der nicht zu, oder was? Und ihr helft mir doch auch so viel. Weil das so toll ist. Insofern... Don't be stupid. Es könnte infectiv sein. Ich... will das aber nicht sehen. Well... Oh, sch**t. Does that mean, what I think it does? What are we supposed to do? Wir sollten sehen, was going on. So exciting. Hiiii. Squitch. Was ist denn jetzt wieder passiert? Was ist denn jetzt wieder passiert? Gut. Es fühlt sich weint. Das ist, wie es fühlt sich. Was ist passiert? Rebeccas Wasser brach. Oh... Wasserrohr gebrochen. Mensch, haben wir einen Klempner hier? Was bedeutet das, dass das Baby kommt? Nein! Wir sollten... Ich weiß nicht, was wir machen sollten. Oh, sch**t. Was machen wir? Ja, wir legen sie hin. Jenny, danke Gott. Ich denke, das Baby kommt. Was machen wir? Alles klar, alles klar. Gib mir einen Moment. Nein, wie kann Rebeccas so gehen? Er ist richtig. Sie wird viel Ruhe machen. Sie werden sie auch können. Jetzt hast du keine Wahl, als zu lockern und raus. Dieses Ort ist nicht sicher, für ein Baby zu nennen. Das Bild zeigt ein paar Gebäude neben mir. Vielleicht könnte einer von ihnen den Weg machen. Oh ja. Den mit der Wasserrutsche können wir ausprobieren. Ich spreche es mal so aus. Es k. Mitch. Okay. Es k. Mitch. Okay. Ich denke, er könnte mit ihr gehen? Natürlich. Ich werde das Gebäude über dem Wasser. Okay, dann. Kenny. Du, äh... Du steckst mit Rebeccas. Und ich werde das Perimeter für Walkers. Clem. Yo. What's up? Ich weiß, es wäre schwer gewesen, aber... Danke, dass du mit Kenny gesprochen hast. Ich würde mir und Mike eine Hand geben, um das Museum zu schauen, aber... ich war dankbar. Wir wissen nicht, dass Janie einfach weg wird. Vielleicht sollte sie mit ihr gehen. Sicher, dass sie zurückkommt. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Sie sehen nicht, dass sie sich nicht mit anderen Menschen liebt. Und sie hat die Hände sehr schnell gehen. Ich denke, es könnte nichts sein. Ja, sie ist toll. Sie hat uns so geholfen. Ja, nein. Du bist richtig. Vielleicht ist es nichts. Nur etwas, um zu denken. So viele wunderschöne Menschen hier. Ich bin immer schnell. Hallo, Picard... ...Girly. Wie geht's? How's it going? Endlich wieder was suchen. Sie geht aber auch beschissen langsam, oder? Also... Was soll das? Ich mein... Es ist ja nicht so, als ob das Baby warten würde auf irgendjemanden, ne? Die sucht aber nicht wirklich, also... Das schaut nicht so aus. Ja... Ich denke, sie erschießt mich. Ich muss mich auf das Begrüßchen. Ich liebe die Höhe. Ich liebe die Höhe. Ich liebe die Höhe. Ja. Oh ja, aber wer ist okay? Lass uns das jetzt fokussieren. Ich hoffe, das ist das, was wir suchen. Gott weiß, dass wir einen Freizeit nutzen können. Oder ein bisschen streiten, also machen sie. Okay. Schau dir das an. Die Garten sind noch gelockt. Das bedeutet, dass hoffentlich niemand auf dem, was dort in den ersten Platz war. Ich weiß nicht, dass ich da bin. Denkst du, dass du die Garten wählst? Ich sollte etwas herausfinden können. Vielleicht funktioniert das. Ah, haben wir ja vorhin gefunden. Ah, natürlich. Was für ein Zufall. Du weißt, äh... Es würde es nicht so schwer versuchen, diese Hand zu versuchen. Schau, ob du etwas größeres findest. Du musst das Mechanismen lösen. Ha, etwas größeres. Okay, äh... Das ist doch groß. Das Spiel basiert, glaube ich, nicht auf der Story. Äh, ja. Genau. Check das Muzzle, Napoleon. Oh. Sie füllen sie mit Cement, also sie sind sicher. Und wenn du das Fick hast, dann wieder zu fragen, der Film ist. Kommen wir zu sein? Nein. Mach das mal. Charaktere aus der Serie vor. Ich denke, das Poster eignet sich gut dafür. Mensch, kann ich hier auch nicht hin. Ich glaube, es ist gebrochen. Sie sollte es nehmen und nicht durchschauen, weil wir bekommen immer noch ein Kind. Die hat echt Priorität, nee. Der wird mir auch nichts helfen. Wie heißt die mit den kurzen Haaren? Das ist Clementine, das ist Jane. Ich denke, ich habe es almost geschafft. Schau mal. Das wäre krass, wenn man da jetzt... Ich denke, ich kann eine Kirche sehen. Der naheste Bergkrossing ist Miles hoch. Rebecca würde es nicht in ihrer Kondition machen. Bleibt es in mir. Jane, da kommt jemand vor uns. Wer ist das? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Er kommt diesen Weg. Und wer weiß, ob er nebenbei hat Freunde. Können wir ihn kämpfen? Wir werden ihn töten. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber wir sollten ihn ausprobieren und sehen, was er da ist. Ich mag nicht, dass ein Irriger so nah an den anderen rumliegen zu haben. Ich habe genug auf unseren Pläten mit einem Baby gekommen. Das letzte, was wir brauchen, ist jemand, die ihre Freunde zu erzählen, über die neuen, einfachen Anstrengungen in der Nähe. Ich werde ihn distrautieren, damit du hinter ihm stecken kannst. Gut, Call. Und füßt ihn. Halt! Wir müssen ihn umbringen, ich sehe es schon. Wir müssen ihn töten. Hey. Wow, 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 Mann! Ich bin nur ein Kind. Bitte, nicht mich verletzen. Ich werde ihn töten. Ich stehe nicht. Ich will jemanden töten. Ich will niemanden töten. Ich will niemanden töten. Es ist besonders eine kleine Frau. Ein kleine Mädchen. Du musst niemanden schießen. Nur schiebe die Schreie. Zurück! Schiebe den Schreie. Clem, sicher, dass er keine andere Wehäuser hat. Was soll ich machen? Das ist ein Kopf, oder? Ach so, das werden Schmerztabletten sein für seinen Fuß. Anything? Wow. Das ist ein sehr ernstes Stasch von Meds. Nein, 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 nein. Geh was du willst, aber nicht die Medizin. Es ist für meine Freundin. Eine Freundin, sie ist sick. Die Schmerz macht ihr kreieren und das macht diese Dinge kommen. Bitte! Aber nicht nur dich und deine Schmerz? Nein! Ich habe viele Freunde. In der Natur. Sie oder keine, wir können wirklich in die Arbeit ausdrücklich sein. Nein, du bist nicht schlechte Leute. Du hast mich bereits aufreren und jetzt noch um meine Schmerz? Du hast keine Schmerz? Du hast Angst! Hey, wir haben Menschen, die fröhlich sind. Wer braucht diese Reine? Luke ist ein vielfussender nach Carver. Kenny ist ein Toch, Rebekah in pain. Schau mal zu tun. Clementine we need that suffering just as much as yours you are not special return the back yes 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 you're not taking them I'm not robbing anybody just let him go let him go thank you clementine thank you hey come on oh what are you doing you don't have to do this just let me go is it safe to let him go don't you ever come around here again I don't care if you do have some sick sister the next time I see you you won't just be walking away go warum geht der mit der Tasche überhaupt dahin was will denn der hier machen was wollte denn der da das ist doch die frage man das ist echt krass as soon as possible wer ist das was denkt sie los okay ja das ergibt echt überhaupt keinen sinn oder gonderslappt weil warum schleppt er den scheiß überhaupt dahin wenn er seine leute in den woods hat in dem wald die klem ist glaube ich jetzt elf jahre alt zehn oder elf jahre ist die auf jeden fall war sie im ersten teil war sie zehn jahre alt das weiß ich und jetzt müsste sie elf sein oder so ich habe keine ahnung wie er jetzt weiter machen wird ich habe keine ahnung wie er jetzt weiter machen wird ist es jetzt bald vorbei oder geht es also ich weiß echt nicht seit wann spiele ich seit zwei oder so sollte eigentlich noch so 20 minuten gehen ähm das game oder ist es jetzt vorbei nö gut das wäre echt nicht viel gewesen irgendwie wozu wassup die bilde amberg haben wir eine Obserwationsdecke irgendwo dann wird das Baby sicher sein kommt so viel schneller als ich dachte es ist oben auf also sollte esace von walkern sein Wer ist Mike und Bonnie? Ich bin glücklich, dass du es sicher gemacht hast. Wie fühlst du dich? Angst und es tut mir leid. Ich wünsche Alvin hier. Ich würde dich jetzt sehr stolz an. Du denkst so? Ich bin glücklich, dass ich dich nicht so glücklich bin. Ich kann nicht so sagen, dass ich ihn nicht so sagen würde. D.h., ich sollte ihm zu sprechen. D.h., ich sollte ihm darüber sprechen. Wie werde ich das ohne ihn tun? Alvin sagte mir, dass er denkt, das Baby wird eine Mädchen sein. Oh ja? Der große Dreck hat nie einen Sinn für diese Dinge. Der dicke, tschesslige Typ. Ich bin froh, dass du da bist, um dieses Baby zu schauen. Oh, Scheiße. Wir haben das. Wir haben uns seit einigen Jahren gesehen. Und ich sage nicht, dass ich ihn nicht vertraute. Aber ich würde es empfehlen, wenn du ihn aufhörst. Ja, ich bin gut. Ach so, natürlich. Follow those bitches. Ach, das ist mir doch wurscht. Ich wollte schon zwei Stunden, wollte ich schon haben, ungefähr bei jedem. Bei jeder Episode. 1,2 Meilen. Warum sollte sie 1,2 Meilen gehen, hey? Die schwangere Frau. Könnte man auch besser machen, denke ich. Civil War. Hey, Clem. Ich dachte, du ging mit Jane. Sie ging nicht weg, oder? Weg weg? Warum denkst du, sie weg weg? Es ist nur ein Gefühl. Ich weiß, Jane scheint, dass sie niemanden interessiert. Aber ich vertraue sie. Sie versucht, den Ort, den wir für Rebecca gefunden haben. Na, das ist gut. Gib mir nur noch 10 Minuten, um zu suchen. Er will nicht, dass sie weg weg ist. Was? Ich will nur helfen. Ich will nur helfen. Wir brauchen keine Scheiß-Kanonen. Ich will keine Scheiß-Kanonen auf uns. Ich will diese Seite, und du, die andere. Entschuldigung. Entschuldigung. Die Steuerung ist ein bisschen nervig, Alter. Geh halt einfach... Was machst du denn da? Du denkst, dass sie das Ding über Wasser und Blankets sagen, um sie zu holen? Ich hoffe, dass wir etwas finden können. Ich auch. Es gibt sicher einige Tiere hier. Schau, wo du bist. Das sieht alles ziemlich nutzlos aus, was es hier gibt. Hast du Glück? Nein, nicht so viel. Jane sagte, diese funktionieren nicht mehr. Nein. Sie sind nur Michelle. Sie sind handig, aber... Auch wirklich laut. Gute Punkt. Hey, schau mal an das. Eine alte Karte. Schön. Gut, Clem. Der lag da offen rum? Es wird viel kälter werden, bevor es kälter wird. Vielleicht könnte ich es zu Rebecca geben. Das ist eine gute Idee. Ich bin sicher, dass sie es wirklich gefreut hat. Ich glaube, dass du schon den alten Karten hast, den ich dir gegeben habe. Ich fühle mich so schlecht. Über alles, was ich mache. Ich hoffe, dass du immer so an mich denken möchtest. Nicht, dass ich dich schäuze, wenn du es getan hast. Ich habe nicht immer das beste Juden. Ich bin das Recht. Das ist das, was die meisten wichtig ist. Clem gefunden hat. Das ist großartig. Aber, äh... Ist es nicht großartig... Du weißt, äh... Wir können nicht Rebecca in eine Konfederische Karte setzen. Oh, ich habe mir nicht gedacht. Ich glaube, es ist besser als nichts. Das ist großartig. Ah, stimmt. Weil sie hasst ja Grau. Haha. Ja. Oh, wir könnten lustige Sachen mit den Bäumen bauen. Das wäre voll geil. Lee würde dieses Ort lieben. Ja. Ja. Ich sage dir... Sie geht so beschissen langsam. Sie geht so beschissen langsam. Nein. Warum würde ich eine Karte wollen? Ich habe noch keine Karte. Ach, gut. Die dumme Bitch. Basht. Der hat da fünf Stunden in der Box rumgesucht. Und er hat nichts rausgenommen, der Wichser. Oder was? Ja, sie will die Jacke nicht, weil sie grau ist. Mensch. Ist doch logisch. Nicht... Ja, es war wegen den Konfederierten. Oder wie man das auch immer ausspricht. Und die haben ja damals die schwarzen und so. Das ist nur das, was wir brauchen. Weil das von den Konfederierten, so heißt es. Willst du es runterladen? Das macht ein enormes Geräusch. Ja, vielleicht. Du weißt, dass jemand mit schwarzen ist. Es ist so, dass wir da kommen. Ich könnte es versuchen, etwas mehr zu öffnen. Aber ich weiß nicht, ob das viel zu helfen wird. Okay. Okay. Ich gehe. Danke, Clem. Nur öffne die Tür von der anderen Seite. Michael zieht diese Dinge aus. Also, es könnte ein bisschen schwer für dich sein. Oh, was ist das? Da sind bestimmt noch Zombies. Ich bin geblieben. Okay. Vielleicht werde ich von... Aufstieg. Ich bin mit Indien. Und deswegen bin ich mit einer Kräfte. Ah, ich bin ein starker keinesen. Ja, das ist als würde ichus passiert. Ich bin mit mir nichtam. Oh, name isch! Ich bin mit Oma Haus. Ich bin mit Oma Haus! Mö wo? Habe ich das? Danke, Mike. Ja, kein Problem. Ich bin sehr entschuldig über das Clementine. Wir sollten uns noch mehr vorsichtig sein. Zumindest jetzt haben wir etwas, was zurückgebracht werden. Ich will das mal sehen. Ich will das mal sehen. Ich will das mal sehen. Ah, ich will das mal sehen. Ich will das mal sehen. Ich will das mal sehen. Die Kabel war verrückt. Aber zumindest ihre Schäden sind immer beide. Wir werden einen Plan machen. Jeder hat genug. Ich hoffe so. Die Trace. Die Trace. Besonders Rebecca. Und zwischen dir und mir. Sie schaut nicht zu gut. Hey, Leute! Komm, 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 komm. Und die schauen sich echt beschissen um, hey. Du schaust einfach nach unten, wie es in einem Ort ist. Ich glaube, es würde uns ein schönes Mieter machen. Wir können Raccoon essen? Ich würde den Raccoon essen. Nicht wie... Ich meine, dass ich wirklich glücklich wäre, den Raccoon zu essen. Ich sterbe. Die frische Mieter gehen einen langen Weg mit Rebecca. Ja. Schau! Lass ihn weg! Wo ist er? Okay, es ging da hin. Hier! Schau! 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 Nicht mit den Walkern da draußen. Schau! 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 Wenn ich zu einem Ort komme, wo ich schade bin, dass ich keine Raccoon essen kann... Ich bin sehr glücklich, dass es weg ist. Es hatte eine Familie. Ja, mir auch. Komm schon, lass uns das zurück zu Rebecca und den anderen kommen. Du sagst mir, deine Arme sind nicht schützt? Nein, ich kann das jeden Tag machen. Was soll denn das? Und die sind immer noch nicht da, wo sie hin sollten. Okay, 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 okay. Oh Gott! Schade, Schade, Schade! Okay, es sind ein bisschen mehr. Kenny, wir müssen etwas tun. Du, bleibst das Baby sicher. Kenny? Wir können hier nicht bleiben. Clementine. Wo ist der Ort, wo du gefunden hast? Ich will dich! Hey! Wir müssen nicht helfen. Oh Gott, es sind so viele. Wir müssen... Wir müssen... Mike, helfe Kenny. Check ahead. Ah, das Wasser. Ja, das Wasser ist schon ziemlich wichtig, muss ich sagen. Tschüss, Kenny. Die sind so beschissen langsam. Er könnte einfach mit uns gehen. Er könnte jetzt einfach mit uns gehen. Er könnte jetzt einfach mit uns gehen. Er könnte jetzt echt einfach mit uns gehen. Er könnte jetzt einfach mit uns gehen. Er könnte jetzt einfach mit uns gehen. Er könnte jetzt einfach mit uns gehen. Kenny! Komm her, ich will dich! Gott, ich dachte echt, da stirbt es da hinten, ey. Was für ein Idiot. Und wie schnell es dunkel wird, wenn man sich mal umdreht. Wir könnten nicht immer stehen bleiben. Wir könnten einfach mal weitergehen, verdammt. Wer hätte Kenny stirbt? Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet. Er war ungefähr so menschlich, wie ich in einem langen Zeit gefühlt habe. Ich habe fast vergessen, was... Clementine! Jesus, Clem... Es ist nicht... Jesus! Wir waren einfach... Was ist passiert? Äh... Ich meine... In hier. Let's get you comfortable. What the fuck are you two doing up here? Kenny! What's going on? We got god knows how many walkers out there, which you were supposed to keep an eye out for. Hey! Hold on a second. Just tell me what's going on. What's going on is you're a reckless fucking moron. I'm reckless. You know, you got a pot of money. Oh, man, ey. So als Zwischenstand. Unglaublich viele Zombies sind in der Gegend. Und er sollte aufpassen, dass keiner da ist. Was macht er? Er... macht mit der Anna rum. Was soll denn das? Was für ein Idiot? Und die soll die Fresse halten jetzt. Kann doch nicht sein. Wir müssen alles verbrennen. Hier. Wir sollten... Du willst Hilfe? Geh raus und geh die Walkers auf uns. Wir werden das tun. Ich bin hier vorhin. Sie können uns nicht auf die Städte. Schau sie, bevor sie zu uns kommen. Scheiße, das ist krass. Wir brauchen alle hier raus. Ich gehe raus. Ich helfe sie zurück. Ich helfe sie zurück. Geh. Ich habe Rebecca. Hier sind sie. Hier. Wir können sie hier hoch lassen. Hier. Ja, das wird bestimmt helfen, die anzurschießen. Echt uncool. Hey, ein Baby da zu gebären. Zu viele davon. Schau sie. Schau sie. Sie haben nichts bekommen. Ich habe doch noch Dinger bekommen. Hey, schieb doch die Kanonenkugel davor. Hilfe uns! Die Kanone. Die stellen sich alle so blöd an. Das kann nicht sein. Wir könnten schießen. Ja. Das wird noch wahnsinnig. Boah. Gut. Rein da. Geh zurück! Geh zurück! Geh zurück! Oh, Scheiße! Help! Oh, Scheiße! Ich kann es nicht halten! Geh meine Hand! Geh zurück! Geh zurück! Oh, Scheiße! Sie sind aufzuhören! Was? Sie werden hier hier aufzuhören. Scheiße! Das ist schon immer zu Ende! Wir brauchen die restlichen Dach. Sie ist richtig. Sie ist richtig. Sie ist richtig. Die ganze Dach! Die Dach! Die Dach! Die Dach! Die Dach! Die Dach! Die Dach! Woher werden wir das tun? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Schau dich an! Ah, natürlich. Schmeiß das nicht. Schau! Das wird funktioniert. Wir haben das gesperrt. Die ganze Sache kommt runter. Wer ist das? Du? Ah, wunderschöne Menschen. Alle hier im Stream. Sie sind näher. Sie sind näher. Geh es! Geh es! Geh es! Geh es so schnell wie ich kann! Ja, dann hau doch einfach ganz oft drauf. Geh es! Na also. Das schwere Holzschild hat ihn begraben. Was ist passiert? Ja und? Erlebt es? Ist es tot? Was ist es? Was ist passiert? Was ist passiert? Das bewegt sich ziemlich. Wenig. Und alle weinen. Oh mein Gott. Was für ein Arsch. Wow. Wir könnten es als Ablenkung benutzen. Und zu den Zombies schmeißen. Boom! Burn in hell. Das wäre beschissen, hey. Das wäre beschissen fies. Das wäre beschissen fies. Aber beschissen fies, muss ich sagen. Das wäre schon ziemlich übel. Ja. Na also. Hey Clementine. Hey. Wie geht's? Er ist perfekt. Wer ist der perfekte kleine Mann? Wer ist der perfekte kleine Mann im ganzen Welt? Er sieht wie Alvin. Der schaut überhaupt nicht so aus wie Alvin, verdammt. Der hatte keinen Bart. Der hat, das Baby hat keinen Bart und keine Haare. Der schaut nicht so aus. Clem. Warum gibst du ihm nicht den Blut, den wir gefunden haben? Entschuldigung. Du weißt, nicht die Farbe. Du denkst wirklich, dass ich darüber interessiere? Na also, oder? Geht ihr jetzt? Ne, lieber nicht. Ich weiß nicht, wie. Es ist einfach. Halt ihn nur kurz und unterstützt seinen Kopf. Nacken gebrochen. Tut mir leid. Der war infiziert. Ja. Geht den Fressen. Ich schmeiß dich zu dem Zombies. Ich mach dich zu dem Zombies. Ihr seid hier im Sohn, wie eine große Freundin. Hier. Gib ihm dann. Wir sollten beide warten. Oh... Oh... Hallo, Sense LP. Warum hab ich jetzt noch geflogen? Nein am Ende wieder, Kenny... Hi! Gut, aber jemand muss dich anschauen, während Mama deine Schönheit schläft. Du wirst nie vergessen, den Schrank zu vergessen. Oh, sch**t. Was? Was? Hör, ich bin sorry. Ich muss gehen. Was? Go, woher? Hi! Weg, ok? Warum? Du weißt, Jamie. Sarah. Ja. Ich werde nicht rumbleiben. Und was sollte mit dir auch passieren? Sie sind smart, Kind. Ich bin nicht wie sie. Nein. Aber gib ihnen genug Zeit, und alle Glück läuft aus. Wir haben auch grad wieder die Stadt gesehen. Die riesige Stadt mit der Kirche dahinten. Sieht man sie jetzt grad überhaupt nicht gut. Hör, wenn die Sch*** die Fan, weil es immer macht, das ist nicht so. Aber... Es fehlt noch jemand. Amit oder Emmett. Fehlt noch. Sie werden dich fühlen, wie du siehst. Wie es ist alles eine glückliche Familie. Kann ich... Kann ich mit dir gehen? Nein. Du kannst nicht. Das ist nicht, wie es funktioniert. Das ist nicht, wie es funktioniert. Warum nicht? Komm schon. Nur einige Schritte. Geh dir selbst. Ich meine das. Hier. Danke. Ja. Ja, ja. Ich muss gehen. Hey. Ich dachte, du wärst bis jetzt zu Hause. Bist du okay? Nein. Ich glaube, wir haben alle Dinge auf uns. Nein. Ich glaube nicht. Die Temperaturen stecken. Wir sind schmerz auf Essen. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Zeit bleiben. Für Rebecca und das Baby. Also ich denke, als es kalt wird, Jane und ich sollten gehen und schauen, ob wir einen Platz finden können. Kann doch nicht sein, oder? Was? 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 Ja. Gerade eben, Depp. Ja. Weil du bloß ein Kerl bist, Alter. Checkst doch. Ja. Du bist echt kacke. Sorry. Sorry. Just... Jane ist weg. Really? Luke? Of all the childish bullshit. Childish? Gott damn it, Kenny. You know what? Just lay off. No. You put our lives, this baby's life at risk, so you two can roll around like fucking teenagers. Oh. 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 I made a mistake. Alright. No, it's not alright. What do you want from me? Luke didn't do anything wrong. Not ma'am, Clint. Look. I'm sorry. Okay? I fucked up. Was hat er gemacht? Nix. Jane, she didn't offer. And Jesus Christ, I needed it. Okay? I mean, look around you. Okay, everything is shit. So forgive me for one day enjoy one moment of something else. Fine. But this baby, he's what matters now. Got it? So get your shit together. Where's my baby? Is everything alright? We're gonna need a good place to race. Which ain't here. We gotta push on. We head north. Get to Wellington. That's our best shit. There's a town across the river. It might be safe there. Or at least it might be a good stop on the way. Kenny! I'm sorry. Clem's got a point. That could be a whole town full of supplies. And I don't know how much I can do it. It looks like that's our best bet. We need to get on the road as soon as possible. We leave it for a second. What are you talking about? Rebecca needs rest. A few days and at least. We've got that baby formula. And won't help the rest of us. And what about shelter? We freeze out here. Kenny's right. We should leave in the morning. Rebecca is not in any condition to travel. Done. If there's a chance there's food. We have to risk it. Oh mein Gott ey. Ich kann's nicht glauben, oder? If that's what you want. But we should all try to get some sleep. It's been a long day. Oh mein Gott. Wie findet ihr das Spiel? Spielt ihr es selber, oder? Nicht? Spoilert ihr euch gerade? Habt ihr es schon durchgespielt? Whatever. Was hat denn bitte sie ihm für ein Offer gemacht? Ich werde nach dem Spiel, denke ich, aufhören zu streamen und dann heute Abend vielleicht noch Team Fortress 2 oder irgendwas streamen. Vielleicht auch Dark Souls. Ich liebe Dark Souls. Ich liebe Dark Souls. Oder irgendwas auf der Liste. Ja. Alter. Pass auf. Sie ist entzündet. Wir sind alle. Ich kann weitergehen. Ich kann weitergehen. Sie ist entzündet. Jetzt ist es bald zu Ende, denke ich. Jetzt hat's so... ...ne Stunde, zwanzig Minuten bisher. Warum fängt's auf einmal an zu schneien? Ich versteh das nicht. Ja, das stimmt aber. Ja, das stimmt aber. Ja, wie überall. Ja, wie überall. Ich denke, er wird das Baby einfach nur essen. Was soll denn diese Scheiße jetzt schon wieder, hey? Er ist nicht dein Baby. Kann er uns wissen? Was ist das? Er ist nicht dein Baby. Ich versuche nur zu helfen. Was ist das? Was ist das? Arvo? Arvo? Jane und ich haben ihn auf der Observation Deck gefunden. Vor allen anderen kamen. Das ist der Typ? Du kennst diesen Scheiße? Was willst du? Er ist nicht so sehr. Das ist nicht der Punkt. Hallo? Bitte? Er hat eine schwere Freundin. Sie sind in Probleme. Ja, wie wir sind. Okay. Hallo? Ihr Name ist Clementine. Ja? Ja. Hi Arvo. Das sind deine Freunde? Ich hoffe, dass du mir jetzt helfen kannst. Nicht wie vorher. Alle kann dir helfen. Wie ist dein Baby? Ich hoffe, dass du mir helfen kannst. Wie geht's deine Freundin? Freundin? Keine Freundin? Nicht so gut. Ich brauche, um... uh, die Sache für ... Wandage. Ich brauche Wandage. Bist du das? Bist du verletzt? Nein. Nichts оружie! Nichts оружie! Nichts оружie! Fass! Das sind sie? Ja, das sind sie. Ich möchte, dass wir sie in den оружien stellen. Und dass wir alles, was sie haben. Was du willst, dass du ich holst? Ich weiß nicht, dass sie nicht. Was hast du dir gesagt? Ich habe ihnen gesagt, dass du die, die mich holst. Und du denkst, dass du nur eine kleine Frau bist? Und sie wollen dich und deine Freunde legen, damit wir die Dinge nehmen. Wo, wo, warte, jetzt. Warum ich mich aufgeregt? Clementine, du holst diesen Mann? Es war nicht ich, der du deine Sachen hast. Es war Jane. Es war nicht von uns. Jane, wo ist die andere Frau? Was passiert? Es waren zwei früher. Was ist eine? Nein, hier? Ich sehe dich nicht. Wo ist sie? Sie ist weg. Sie hat die Gruppe verlassen. Es ist ein Trapp. Ich weiß es. Sie sind. Ich weiß, dass sie sind. Hey, hey! Hey, hey! Das kann für dich leicht sein. Arvo, sag mal, ob sie das оружie verpusten. Alle von euch! Lass deine Schäden runter. Das wird alles gut. Lass meine Schäden! Lass meine Schäden! Lass sie, Arvo! Aber du willst nichts. Wenn du deine Schäden runterlässt, dann werden wir auch. Lass sie, Arvo! Lass uns! Lass uns! Ich... äh... Arvo, was passiert hier? Was ist der Scheiße? Lass uns! Lass uns mit dir! Es werde sich aufgeregt. Mal lass ihnen einen Tritt-Bagel zerreißen! Du hast ein Baby? Du bist ein riesiger Kind! Wenn sie zu wissen, was für dich gut ist. Aber du musst dieses Arbeiten! Du hast etwas anderes! Be&Buriko, ein Fisch! Trähte das jetzt oder werde ich es im verdächtigen! Ich mache das! Unterfja deine Scheiße! Unterfja deine Scheiße! Oh, was ist jetzt? Was ist jetzt? Ich dachte, sie ist gestorben, hey. Oh Gott, sie ist ein Zombie, oder? Oh, toll. Ja, was soll ich machen? Fuck that. Geil. Ah, 42% haben nur geschossen, okay. Event 579% ist volunteer to crawl through. Was für ein Arschloch das ist, ey. Ah, so wenig haben Zera nur erschossen, also zurückgelassen. Echt schade. Mensch. Nur, was...